Und Ronda-Delight. Schaut gefährlich aus. Stacheln. Hm, Wasser. Ich glaube, da muss man wieder einen von den anderen rauflassen. Ich glaube, da muss man wieder einen von den anderen rauf machen. Ich glaube, da muss man wieder einen von den anderen rauf machen. Dann komm, stell ihn zur Anbuchversorgung. Da brauchen wir ein paar von den Kleinen rein. Das ist auch so leicht was geworden. Und was machen wir jetzt damit? Hm, ach da oben ist nur so dampflos. Oh Gott, hier wird immer wieder Raum. Da muss man so einen Schalterhüpfer da nehmen. Das war ein klonreicher Versuch, sich den Weg durch mich hindurch zu bahnen. Das war ein klonreicher Versuch, sich den Weg durch mich hindurch zu bahnen. Das war ein klonreicher Versuch. Komm in sehr. So, jetzt haben wir so orangees Ding da oben. Und jetzt Professor? Keine Ahnung, spritzen wir es nass. Spritz mal. Noch ein wenig näher. Jawoll. Erstmal Nachtammel. Erstmal. Das geht nun auch mal. So, damit wäre die Tür zum Passorten. Schauen wir mal, ob wir das neue Tor finden. Das stinkt nach einer Belohnung. Der riecht gut ab. Okay, hier gehts immer weiter, bzw. nicht weiter. Und hier gehts nach unten. Ziehen wir mal an dem Heber und schauen, was passiert. Okay, das schaut aus wie lex das Kapitel. Denke ich. Ja, da gehts zum Boss. Das sind unsere Tore, die wir geöffnet haben, aber da fahren wir jetzt noch nicht hin. So, und dann, wir wollen schauen, ob wir hier weiterkommen. Checken wir mal die Lade. Wir haben uns da unten einen Lade reingefüllt, dann muss da noch ein Wasserhahn zuerst ausschauen. Hier oben können wir was reinrieseln lassen. Hmm. Hmm. Ja. Mama, die gehen zu. Ich kann schon am Tipp hier machen, was ich soll. Jawoll! So ist brav, schön gucken! Die können wir ihm doch mal gießen, die gehen schon irgendwann ein. Mission accomplished! Weiter geht's, Professor! Hol dir deine Belohnung ab! Wir wollen noch ein bisschen Wasser nachtanken. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und in der Tour Nummer neun ist Protoplasma. Genau was ich wollte.